Und da schlägt's aus ein bisschen. Da ist einer. So, natürlich ist er jetzt wieder voll alarmiert. Ich höre hier jemanden. So, komm schon. So, müssen wir wieder x Leute ausschalten. Ah, ich werde getroffen. Von wem oder was denn? Ich sehe hier schon wieder nix. Vor lauter Gestrüpp. Alter, und dann juckt auch noch die Nase. Kann ich mal voll nicht brauchen. So, wo sind die Jungs? So, ich werfe euch mal eine Granate hin. Habe ich in etwa einen erwischt? Man glaubt es nicht, ich erwische Leute mit Granaten. So. Nein, du. Du, du bist definitiv am Ende. So. Nee. Da bin ich bei euch dran. So, sieht gemütlich aus. Ah, da ist noch einer. Total übersehen. Versteckt sich hier hinterm Pfosten. Was soll denn die Kacke? Hier ist die Bombe. So, ist ja gut so. Hier ist ein Funkgerät. Den machen wir mal kurz kaputt. Nicht, dass die hier noch irgendwie Leute rankriegen. Oh man, ich wollte noch eine Schutzweste. Dass sie wieder aufgefüllt ist hier. Ja, jetzt gehen wir halt wieder zurück und springen mal die ganze Sache. Das dürfte schon funktionieren. Und weh, da sind wieder neue Leute. Dass die hier die Stellung halten. Der da zum Beispiel. Wo ist der jetzt hergekommen? Gut, dass ich den gleich gesehen habe. Dass ich den ausschalten konnte. So, Raketen habe ich nicht mehr viel. So, die ist auch nachgeladen. Dann sind wir relativ wieder voll. So. Ist hier noch jemand? Guck, guck. Nö. Sieht nicht so aus. Oh. Bin ich mal wieder ein bisschen schnell für. So. Die mal in den Nahkampf wieder mitnehmen. Ist wichtig im Nahkampf. So. Äh. Also irgendwas explodiert. Hier raucht's. Okay. Okay. Achso, das ist ein Trümmerstück. Vielleicht hat's deswegen nochmal kurz. Ich setze die Ladungen. So. Ich versteck mich hier. Zack. Alter. Wo läufst du denn hin? Äh. Da läuft er. Oder ist gelaufen. Der war mal. Irgendwann. Er hat sich wie der Feige versteckt, der Junge. Naja. Mir wurscht. Wir müssen hier nicht jeden töten. Sind zwar eine Ein-Mann-Armee. Aber jeder muss auch nicht sterben. So. Die Texturen sehen ja nett aus. So. Hören Sie. Ich gehe in den Tempel. Der PDA muss sich in ihrer Nähe befinden. Ich kann ihn nicht genau lokalisieren. Aber sie müssen nah dran sein. So. Okay. Dann gehen wir hier die Treppe runter. Mal gucken, was uns... Ach nö. Ihr erwartet. So. Ich nehme mal lieber die Leiseknifte. Für den Fall der Fälle. Hier wuchert schon alles zu. So. Ab dafür. Mir gefällt das hier gar nicht. Alter. Zwei von den Typen. Fuck. Fuck. Noch einer. Fuck. 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 Vor allem wenn die so Unsichtbarkeit haben, ist das echt krass. Fuck. Wow. Fucking. Was soll denn der Käse? Alter. Hier liegt eine Schutzweste rum. Zum Glück. Gut, dass wir hier ein bisschen was erkunden. So. Alter. Ich kenne das Geräusch. Geht da gut. Alter. Fuck. Boah. In so engen Räumen ist das echt mies. Gehst du auch down, Junge? Fuck. Alter. In den engen Raum ist das echt eine miese Aktion, das Ding. Aber wat für eine miese Aktion. So. So. Runter hier. Au. Jetzt tue ich mal sogar noch weh beim Runterfallen. killen. So. Der ist schon mal hin. Komm, stirb. Ah, fuck. So. Wo ist der letzte? Ich sehe ihn gerade nicht. So. Ah, fuck. So. Dann drücke ich mal X. Dann habe ich hier einen schönen Renatwärter vorm Start. Wo ich auch nicht mehr in Zoom gehen kann. Ich hasse die Teile. So. Komm, stirb. Fuck. Du sollst sterben, Junge. Für Granatwärter schüsse hält der aus. Komm, stirb. Alter. Ah, die Dingleer. Alter. Oh, fuck. Ach, wat denn ich sagst. Alter. Solange nicht noch mehr so große kommen, ist alles in Ordnung. So, hier kriege ich nichts Hilfreiches. So, bisschen Muni, Granaten, Lebensenergie. Alles für den Tagesbedarf. Wow. Okay. Alter. Ja, die haben hier die taktischen Kampfstoffe einfach verteilt, um die Trigene hier in Schach zu halten. Funktioniert jetzt nicht so gut. Weil hier geht es doch ziemlich ab mit den Trigenen. So, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich gehe hier mal den direkten Weg. Ob der halt so gut ist, ist die andere Frage. So, der ist tot. So, zwei gedötet. Da kommt noch einer. Hier um die Ecke kommt auch noch einer. Ah, ah. Alter. Jetzt geht mir hier gleich die Muni aus. Was soll denn der Scherz? Alter. So, wo muss ich hier hin? Ich komme meinem Signal näher. Ist auch gut so. Ach, nee. Nicht du schon wieder. Nein, leer. Fuck. Ich hänge hier fest. Fuck. Ah, ist das fies, wenn man hier festhängt. Und sich nicht mal umdrehen kann, wo man hinlaufen muss. Was soll denn der Käse? Jetzt muss ich die nochmal erledigen. Was soll denn der Käse? Alter, alter, alter. 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 Ich mag die Trigene nicht. Und wie ich die nicht mag, sind die stärker geworden. Was soll denn der Rotz jetzt? Die sind doch definitiv stärker geworden. Alter, alter, alter. So, auf ein neues. So, komm dran, Jungs. So, nachladen. Und das bitte schnell. Fuck, 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 fuck. Fuckin. Ah, ich krieg einige Zimmern und bin tot. worlds. Was soll denn der etnz? Ei, 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 ei. Boah, scheiß ist die heiß. Ei, 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 ei. So, dass ich die zwei Konsorten hier wieder sehe. Ah, fuck. So. Aber so ist Ruhe, oder wat? So, hier ist ein anderer Weg. Ist ja auch geil. So, den Kampfmittelträger hier mal getötet. Ah, und da hinten werde ich niedergeschossen. Okay, der andere bei EWG klappt auch schon mal nicht. Puh. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. So, viel Lebensenergie hab ich ja nicht übrig. So. Den haben wir auch erwischt. Jetzt kommen, werden hier Leute abgeseilt. Ah, Alter! Ich hab ihn noch in der... Im Augenwinkel hab ich ihn noch gesehen. Den scheiß Triggen hier. Und dann tötet mich der. Ah, fucking. Das gibt's ja nicht. Ah. Ich mach hier noch kurz Wischi, Wischi. Dass mir hier der Schweiß nicht in die Augen läuft. Und dann auf ein neues. ist. Alter. Wie soll ich denn das überleben? Wie soll ich denn das überleben? So. Fuck! Fuck! Was geht denn hier ab? Das ist doch wieder schon wieder so ein Ding der Unmöglichkeit hier, dass man hier überleben kann. So. Okay. Diesmal ging's ein bisschen schneller. Trotz Osterei. So. Und nochmal erneut hier. Das ist doch nicht mehr feierlich. Mann, stirb! Es gibt's doch nicht. Ich halt voll den Kopf rein und der stirbt nicht. Wir Drehen. ... Vielen Dank.